Das ist Max. Max ist leitender Geschäftsführer der Lackmanufaktur GmbH. Da er und sein Team immer pünktlich seine Farben und Lacke liefern und seine Kunden mit der Qualität der Produkte äußerst zufrieden sind, bekommt er auch viele Aufträge. Wenn er die Rechnungen an seine Kunden stellt, werden diese zwar nie in Frage gestellt, allerdings kam es in letzter Zeit häufiger zu Zahlungsverzögerungen bei einigen seiner Kunden. Zudem hat Max gerade eine interessante Anfrage von einem neuen Kunden auf den Tisch bekommen. Seine Firma soll einen speziellen Industrielack herstellen. Dieser Lack soll extrem hitzebeständig sein und jeglicher Witterung trotzen. Max würde diesen Kunden gerne langfristig für sich gewinnen, da er sich eine lukrative Zusammenarbeit verspricht. Jedoch ist ihm der Neukunde gänzlich unbekannt und erkennt dementsprechend auch nicht dessen Zahlungsmoral oder Bonität. Max ist ratlos und hat schlaflose Nächte. Was ist, wenn die Rechnung von dem neuen Auftraggeber nicht bezahlt wird? Oder der Kunde schon während der Produktion in Zahlungsschwierigkeiten gerät? Bleibt er dann auf seinen eigenen Kosten samt speziellem Lack sitzen? Und was ist mit seinen derzeitigen Außenständen? Wenn hier eins zum anderen kommt, kann er dann noch seine laufenden Kosten decken und seine Mitarbeiter bezahlen? Müsste er sogar weitere Kredite bei der Bank aufnehmen? Nicht verzweifeln, Max. Die Provinzial bietet dir eine faire Lösung an. Mit der Warenkreditversicherung Plus kannst du die Bonität deines neuen Auftraggebers schon vor dem Auftrag prüfen und während der Produktion überwachen lassen. Gleichzeitig ist die Forderung bei entsprechender Bonität deines Kunden gegen Nichtzahlung und Insolvenz versichert. Sollte es zu Zahlungsverzögerungen kommen, übernehmen die Experten der Provinzial alles weitere für dich. Falls dein Auftraggeber dennoch nicht zahlt, entschädigt die Provinzial dir sogar den entstandenen Forderungsausfall. Und darüber hinaus bekommst du deine Selbstkosten für die Herstellung des speziellen Industrielacks von der Provinzial erstattet, wenn dein Kunde bereits während deiner Produktion zum Beispiel in eine Insolvenz gerät. Mit der Warenkreditversicherung Plus der Provinzial versicherst du nicht nur deine Neukunden, sondern auch deine bestehenden Kunden mit den entsprechenden Außenständen. Dafür nutzt du künftig einfach das Kreditportal der Provinzial und stellst für deine Kunden über eine Limitanfrage selbst den Versicherungsschutz her. Mit der Warenkreditversicherung Plus kannst du dich für einen fairen Beitrag vor Zahlungsausfällen schützen und nachts wieder gut schlafen, da du dir über deine offenen Forderungen keine Sorgen mehr machen musst. Individuelle Bonitätsprüfung und Absicherung deiner Forderungen. Schnellstmögliche Bearbeitung durch eine digitale Kreditlimitanfrage. Einfache Übersicht aller bestehenden Limite. So hast du einen schnellen Überblick über deine abgesicherten Forderungen. Überwachungen der Kundenbonität. Sollte sich die Bonität bei einem deiner Kunden negativ verändern, so warnt dich die Provinzial davor, keine neuen Aufträge von diesem Kunden anzunehmen. Professionelles vorgerichtliches Inkasso durch Kreditreform. Die Inkassogebühren bei unbestrittenen versicherten Forderungen übernimmt die Provinzial. Max ist begeistert. Er ist seine Sorgen los. Und was ist mit dir? Die Warenkreditversicherung Plus der Provinzial. Professionelles Forderungsmanagement und dabei so simpel wie Online-Banking. Jetzt bei deinem Betreuer vor Ort abschließen und dann mit dem Kreditportal selbst verwalten. Versicherung. Für Menschen gemacht.